Ganz Deutschland spricht über ihn. Das ist die Geschichte von einem jungen Mann, der auszog, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Er steht für Recht und Ordnung, in seiner Neon-Uniform. Er ist der Hüter des Gesetzes, die größte Pätze der Nation. Durch seinen Kampf gegen die Falschparker, nennen ihn manche Denunziant. Nerven, Säge oder Halbstarker, Anzeigenhauptmeister Ehrenmann. Mit seinem Polizistenfahrrad, fährt er durch das ganze Land. Wartet bis ihr was getan habt, und zeigt euch alle an. Der Anzeigenhauptmeister. Macht die Stadt immer reicher. Ganz egal in welcher Stadt, anzeigen ist es, was er macht. Der Anzeigenhauptmeister. Macht die Stadt immer reicher. Hast du mal falsch gepackt, dann kommt der Arm. Tatütata. 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 Tatütatütatütatütatütatata. Hast du mal falsch gepackt, dann kommt der Arm. Tatütata. Sein Vorbild, Erich Mielke, er war schon immer Riesenfan. Er hat nicht viele Lebensziele, nur sein Traumberuf IM. Ja, der Anzeigenhauptmeister, setzt sein Fahrradhandy ab. Ja, der Anzeigenhauptmeister ist der wahre Held der Stadt. Mit seinem Polizistenfahrrad, fährt er durch das ganze Land. Wartet bis ihr was getan habt, und zeigt euch alle an. Der Anzeigenhauptmeister. Macht die Stadt immer reicher. Ganz egal in welcher Stadt, anzeigen ist es, was er macht. Der Anzeigenhauptmeister. Macht die Stadt immer reicher. Hast du mal falsch gepackt, dann kommt der Arm. Tatütata. Tatütata. Tatütatütatütatütatütatata. Hast du mal falsch gepackt, dann kommt der Arm. Tatütata. Sein Vorbild, Erich Mielke, er war schon immer Riesenfan. Er hat nicht viele Lebensziele, nur sein Traumberuf IM. Ja, der Anzeigenhauptmeister setzt sein Fahrradhandy ab. Ja, der Anzeigenhauptmeister ist der wahre Held der Stadt. Mit seinem Polizistenfahrrad, fährt er durch das ganze Land. Wartet, wartet bis ihr was getan habt und zeigt euch alle an. Der Anzeigenhauptmeister. Der Anzeigenhauptmeister macht die Stadt immer reicher. Ganz egal in welcher Stadt, er zeigen ist es, was er macht. Der Anzeigenhauptmeister macht die Stadt immer reicher. Ja, der Anzeigenhauptmeister. Hast du mal falsch gepackt, dann kommt der Arm. Tatütata. Tatütata. Tatütatütatütatütatütatata. Hast du mal falsch gepackt, dann kommt der Arm. Tatütata. Tatütata. Das war's für heute.